Ein herzliches Willkommen, lieber Krebs. Herzlich willkommen, wenn du im Sonn- oder Mondzeichen der Venus oder deinem Aszendenten das Sternzeichen des Krebses trägst. Ich schaue jetzt gleich rein und zwar, wie wird dein April? Was sind die Energieportale, die sich hier sichtbar machen? Welcher Archetyp möchte dir eine Botschaft übermitteln oder aber auch von dir besonders gelebt werden? Und dann gehen wir rein mit dem keltischen Kreuz. In diesem Sinne, ihr Lieben, lasst uns loslegen. Für das Sehenkollektiv der Krebse, für die Krebse, die sich dieses Video anschauen. Was ist jetzt im April das Thema? Was ist besonders wichtig? Welches Energieportal möchte gesehen werden und wird aktiviert? Es sind die Hallen des Lernens und es ist der Galaktische Rat der Venusia. Und hier geht es tatsächlich darum, ganz viel um deine Geistführer, ganz viel Bestätigung, die du bekommen wirst und dass du auch gerufen wirst. Es ist Zeit zu leuchten. Du wirst wichtige Lektionen jetzt im April in dein Leben bekommen. Und hier darfst du dich wirklich, wenn du mit der Akasha-Chronik arbeitest beispielsweise oder wenn du gern channellst oder in deinen Träumen, kannst du dich immer wieder auch mit deinen Geistführern verbinden und natürlich auch mit den Führern der Sternenwesen. Und vielleicht merkst du auch oder spürst du einen inneren Ruf, dass du das Gefühl hast, naja, irgendwie fühle ich mich gar nicht so angehörig hier zur Welt und irgendetwas aus weiter weg ruft mich. Die Sternengalaxie könnte für dich hier wirklich ein Punkt sein, wo du sagst, fühle ich mich zu angezogen. Vielleicht bist du ein Starseed und merkst einfach, wow, diese Sehnsucht ist so tief. Und dennoch darfst du dich immer wieder daran erinnern, dass es ja einen Grund gibt, wieso du hier auf der Erde inkarniert bist. Okay, dann gucken wir, welcher Archetyp möchte dir hier eine Botschaft geben oder aber auch von dir gelebt werden. Welcher Archetyp kommt? Es ist, wow, der Phönix. Den hatte ich, glaube ich, korrigiert mich, aber ich glaube, den hatte ich noch nie in einer Legung hier auf YouTube. Und der Phönix, du wirst ihn kennen, der Phönix aus der Asche. Und das ist natürlich auch, dass es vielleicht jetzt eine Zeit für dich gibt mit vielen Erkenntnissen. Das ist ein innerer Ruf, wo du wirklich sagst, und ich stehe jetzt auf, ich lasse mich jetzt wirklich leiten. Ich stehe auf und komme wie der Phönix aus der Asche wieder zurück in mein Leben. Und der Phönix verkörpert natürlich eine mystische Gestalt. Und das ist ja ein legendärer Feuervogel. Oftmals symbolisieren wir das einfach auch mit, ich steige auf wie der Phönix aus der Asche. Und hier ist es super kraftvoll, diese Karte, die jetzt zu dir kommt. Es ist die Erinnerung, dass du ganz viele Erfahrungen machst, dass du aus einer Krise herausfinden wirst, dass du mit neuen, ungeahnten Kräften leben wirst. Und ich würde sagen, das ist natürlich eine Mega-Botschaft für den April, so direkt mal reinzustarten. Und aus der Asche des alten Phönix wird ein neuer Phönix geboren. Und wenn du den Ruf deines inneren Phönix jetzt hörst, ist es an der Zeit, alte Ideen, Glaubenssätze, Vorstellungen wirklich loszulassen. Und nochmal zu reflektieren, was du einst als deine Identität und deine Sicht auf das Leben betrachtet hast, darf gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle auch wirklich sterben, um Raum für dein neues Potenzial zu kreieren, was jetzt geboren werden will. Und dieser Prozess kann sich anfühlen wie eine dunkle Nacht der Seele. Und die Dunkelheit der Nacht repräsentiert das Unbewusste, alte Wunden, Schatten, Trauma, denen du auf dieser Reise begegnen kannst. Aber indem du dir bewusst wirst, dass du heilen und am Ende wieder Phönix aus der Asche wiedergeboren wirst, wird dir das Motivation geben können. Das wird dir Kraft geben. Und auch wenn es manchmal wirklich sehr verlockend ist, in der Asche liegen zu bleiben, weil vielleicht eine Veränderung gekommen ist oder jetzt kommen wird, die sehr hart ist, die dich sehr plötzlich getroffen hat. Aber hey, du kannst in der Krise in Wachstum oder du kannst aus dieser Krise wirklich Wachstum transformieren. Und Veränderung ist die einzige Konstante im Leben, die wir einfach haben. Und da kannst du dich selber mal fragen, bist du bereit, dir die Themen anzusehen, die dir am meisten Angst machen? Bist du bereit zu lernen? Bist du bereit, mutig zu sein? Und ich glaube an dich, dass du den Mut in dir hast. Und alles, was zu Ende geht, ist zugleich auch ein Teil eines Neuanfangs. Denn ohne das, was war, würde es einen neuen Anfang nicht geben können. Und ein gutes Ende zu kreieren, bedeutet sich wirklich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und mit dem Weg, der dich auch dorthin führte, wo du jetzt stehst, um für dich einen inneren Frieden zu finden. Nimm Abschied von dem, was war, aber ohne zu urteilen, vor allem auch dein altes Ich. Urteile es nicht, verurteile dich nicht, sondern schenke dir Dankbarkeit und Liebe. Ganz viel Transformation, Selbstverwirklichung, Wiedergeburt, Hoffnung, Erneuerung, die dich jetzt erwartet. In der Schattenseite ist es natürlich auch leicht zu erkennen, indem du merkst, okay, ich halte zu viel an Altem fest. Ich lebe in der Vergangenheit. Ich verweigere mich der Akzeptanz der Dinge, wie sie waren. Ich fühle mich gefangen in der Opferrolle und ich wiederhole irgendwie Muster, die mir eigentlich gar nicht mehr passen, denn Veränderung macht mir Angst. Da, wenn du dich da erkennst, könnte es einfach ein Zeichen sein, hey, und jetzt komm erst recht bitte wieder in dein Licht und in die Welt und erlaube es aus deinem Schatten auszutreten. Und jetzt gehen wir rein mit dem keltischen Kreuz, ihr Lieben. Was ist für die Krebs im April, die Grundsituation? Und das sind die Liebenden. Eine Geschichte, die in dir angesehen werden möchte. Die Königin der Kelch ist die Königin der Liebe. Raus aus dem Widerstand zu gehen. Und vielleicht bist du auch gerade in einer sehr liebevollen Energie. Viele Dinge drehen sich um Herzensprojekte, Partnerschaften, Neuanfang, Familie, inneres Kind. Vielleicht auch dein Thema, wo du hinschauen darfst. Ich möchte erst einmal noch ein paar weitere Botschaften hier mir anschauen. Was ist auf deiner Seelenebene los? Und da haben wir die Kraft und die vier Schwerter. Und da ist es schon dieses, ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Deine Seele kommt gerade wieder in die Kraft. Du reflektierst im Unbewussten ganz viel, damit hier die Fülle einziehen kann. Auf dem bewussten Feld, und wir gehen gleich noch tiefer drauf rein, sind die sechs Kelche, die Leichtigkeit, wieder zu deinen Träumen wirklich einen Bezug zu haben. Auch hier, das Ast der Kelches kann hier wirklich sein, dass du eine komplett neue Chance gerade bekommst. Die Ass-Energie ist immer eine Chance. Die kommt, eine Gewinnkarte, die dich aufmerksam macht. Hey, die Traurigkeit, die einst war, die wird jetzt ersetzt durch eine neue Möglichkeit. Die Möglichkeit, dich hier wieder für die Liebe zu öffnen, für dich ins Vertrauen zu gehen, auch in die Liebe für andere wieder zu gehen, dich darauf einzulassen. Und da habe ich auch das Gefühl, da bist du gerade wirklich dabei, okay, dir regelmäßig auch hohe Phasen zu gönnen, etwas auf dich zukommen zu lassen. Was ist denn wichtig aus der Vergangenheit zu wissen? Was jetzt vielleicht nochmal gesehen werden möchte, okay, da gab es eine Situation des Aufbruchs. Eine Situation, wo du oder auch eine andere Person quasi aus deinem Leben ausgeschieden sind, wo du dich ganz bewusst entschieden hast, ich gehe. Und da hat sich schon eine neue Kommunikation, ein Nachrichtenaustausch. Da hast du etwas verkündet. Es könnte sein, dass es jetzt nochmal so ein bisschen hochkommt, dass du da eine Entscheidung getroffen hast, die sehr rational war. Wir schauen mal. Aber es war ziemlich stressig, habe ich das Gefühl. Hier hat es wirklich was mit einem Gegenüber zu tun, geschlechtsneutral. Das machst du dir einfach passend, je nachdem, wen du da hattest. Aber du hast dir die Verantwortung einfach übernommen und gesagt, das ist mir alles zu tumultig. Ich gehe jetzt. Du kannst selber entscheiden, ob du mitkommst oder einfach auch nicht. Das kann auch beruflich gesehen etwas gewesen sein. Diese Personenkarte des Herren verkörpert lediglich einen Gegenüber oder eine gegenüberliegende Situation. Auf die sechs Kälche, hier kommt eine Öffnung, eine Lösung, wieder die Sicherheit. Und hier haben wir die Kommunikation in dir und die gewisse Unruhe, die ich gerade schon spürte. Da sind Konflikte in dir, innere Konflikte, was zum einen mit einem Ego-Anteil zu tun haben kann. Auch der Konflikt, darf ich wirklich einfach mal nur ruhen? Darf ich das einfach mal nicht immer vorwärts zu rennen? Ist das wirklich in Ordnung? Also irgendwo beschäftigt dich dort in dir drin eine gewisse Situation, ein Gespräch? Und das könnte diese Geschichte aus der Vergangenheit sein, die jetzt gerade einfach nochmal hochploppt. Wo du jetzt aber eine kraftvolle Erkenntnis ziehen wirst, fernab von anderen Menschen, fernab von einer Beurteilung oder Verurteilung sogar, von einer Bewertung, klingst du dich mal komplett raus. Du gönnst dir hier wirklich, deine Seele heilt gerade. Und das ist sehr schön. Deine Seele heilt auch karmische Themen im Übrigen. Dein Geist wird sich wieder beruhigen. Hier könnte es auch sein, dass du dir einfach nur eine kurze Zeit der Auszeit nimmst. Es muss nicht immer sein, dass du sagst, okay, klinke ich mich mal so ein halbes Jahr aus dem ganzen System raus. Nein, diese kurzen Ruhephasen tun dir hier schon gut. Und dann startest du ja hier wirklich mit einer sehr herzlichen Energie. Schau dir auch gerne mal dein Zeichen an, welches du in der Venus trägst. Vielleicht bekommst du da auch noch mal Impulse in einer Legung oder auch bei anderen Kartenlegern hier auf YouTube oder wo auch immer du gerne schaust, noch weitere Impulse. Aber hier bewegt sich etwas wirklich in langsamen Schritten oder in kleinen Schritten in Richtung Heilung, in Richtung Herzöffnung. Auch das Bewusstsein, dein Bewusstsein wird einfach immer größer werden. Hier erinnerst du dich noch mal an so Momente, die dir Sicherheit gegeben haben. Manchmal verfällst du vielleicht auch in der Ruhe in so eine gewisse Nostalgie und eine Situation, die dir hier noch mal aus der Kindheit gegebenenfalls auch bewusst wird, könnte sich jetzt hier zeigen. Aber da kommt diese, ja, zum einen diese Öffnung in dir. Ich bin bereit, mal in die Vergangenheit abzutauchen. Ich bleibe aber nicht drin stecken. Und das könnte hier auch wirklich diese, ja, dieser Zweifel sein, diese Angst in dir sein, dass du drin stecken bleibst, wo du doch schon in der Vergangenheit dich entschieden hast, rauszugehen. Die Liebenden, große Arcana-Karte, genauso wie die Kraft, erinnern dich an die Kraft der Liebe. An die Kraft der Liebe, die einfach alles in Heilung bringen kann. Und da muss es wirklich nicht immer, und das betone ich, glaube ich, jedes Mal, es muss nicht immer ein Neuanfang auf Beziehungsebene sein, sondern es ist die Entscheidung, aus vollem Herzen dich zu öffnen und Ja zu sagen. Ja zu Liebe. Und das, ja, kann natürlich auch eine signifikante Veränderung oder Verbindung in deinem Leben sein. Und für viele hier wird es definitiv auch deine Kindheit sein, dein inneres Kind, wozu du selber fähig bist, deinem inneren Kind jetzt wirklich, ja, ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit zu geben. Deine Seele sagt, hey, du darfst mutig sein, aber denk daran, dir wirklich hier regelmäßig auch Ruhephasen zu gönnen, damit du aus deiner Komfortzone heraustreten kannst. Du wirst mutig sein, du hast die Kraft in dir. Und das ist diese innere Stärke, die du gegebenenfalls in manchen Situationen jetzt auch unter Beweis stellen darfst. Bist du wirklich bereit, mutig wie der Phönix aus deiner Vergangenheit, dich neu zu präsentieren, daraus zu lernen und auch wenn weitere Lernaufgaben kommen. Und ihr Lieben, es wäre ja Bullshit, wenn ich sage, da kommen keine Lernaufgaben mehr, weil die kommen immer dafür sind, wie hier auf der Welt. Dann wird es hier wirklich ein sehr liebevoller und herzöffnender Monat für dich. Und vielleicht bist du auch gerade frisch verliebt. Sag es gerne mal, also schreib es gerne mal in die Kommentare, wie sieht es da gerade bei dir aus. Was ist die künftige Tendenz der nahen Zukunft, der Page, der Schwerter, Kommunikation, Gespräche, neue Gedanken, ohoho und die Wahrheit, ja. Die Wahrheit, deine mentale Stärke wird jetzt wieder aktiviert. Mit den Pagen der Schwerter haben wir hier eine gewisse Schnelligkeit deiner Gedanken, eine Weiterentwicklung deiner Gedanken, eine Weiterentwicklung auch deines Bewusstseins, dass du jetzt ganz bewusst und klar auf einmal wirklich die Botschaften deiner Geistführer wahrnehmen kannst, dass du dich dafür öffnest, dass du sagst, hey, okay, Karma. Dir wird bewusst, dass du mit der Macht deiner Gedanken ziemlich schnell und ziemlich viele Ergebnisse klar machst. Umso wichtiger ist es natürlich, dass du lernst, deine Gedanken dahin zu lenken, wo du sein möchtest. Und ja, in der geistigen Welt haben wir einfach eine immense Schnelligkeit. Da geht es tatsächlich gar nicht darum, dass es alles ziemlich lange dauert, sondern das geht manchmal, das Universum kennt keine Zeit und keinen Raum. Und wenn wir hier von Zeitqualität sprechen, können wir es nicht mit der menschlichen Zeitqualität mehr definieren. Das ist jetzt wirklich eine gewisse Schnelligkeit, Bewegung auf ein Ziel, auf das, was du ernten möchtest, Kommunikation auf der Arbeit oder du arbeitest jetzt ziemlich aktiv an deiner Art und Weise, wie du kommunizierst. Das ist eine, der Page ist quasi der Bube der Schwerter. Das heißt, du bist super intelligent, hast eine extrem schnelle Auffassungsgabe, ein Talent jetzt, was du entwickelst oder weiter ausbaust für Kommunikation. Da darf ein bisschen Reife auch wirklich entstehen. Du bringst hier wirklich mit einer gewissen Zielstrebigkeit Dinge radikal schnell in Bewegung. Mit dem Ast der Schwerter als unterliegende Energie definitiv die Einladung an dich zu schauen. Wow, cool, da kommt ein Durchbruch, da kommt eine Lösung und die haben wir ja hier schon. Und vielleicht ist es die Lösung, hier nochmal mit der Vergangenheit in den Frieden zu gehen oder deine Gedanken einfach auch wirklich wieder in die Leichtigkeit und in die Lebensfreude zu bringen. Eine Situation wird sich in Kürze hier für dich klären. Etwas, was nochmal aus der Vergangenheit präsent werden könnte, eine gewisse Klarheit, eine gewisse Weiterentwicklung und irgendwo gab es eine verwirrende Situation, aber dann kommt es jetzt wirklich und dann ist die Klarheit und auch die Wahrheit auf dem Tisch. Und das bringt natürlich dann hier eine gewisse Stärke, Bestätigung, Leichtigkeit, diese Möglichkeit wieder wirklich aus deiner Herzensenergie zu leben und auch zu leuchten und dann dieser Moment ist und jetzt bin ich wieder präsent, jetzt bin ich da, ich habe die Erkenntnisse, ich habe das Warum, es war um, pam, pam, pam. Was ist denn deine Hauptenergie als Krebs? So, und das passt so sehr. Der Narr, große Arcana-Karte und zwar die erste und die Welt. Huiuiuiuiuiui. Schaut mal, du beendest hier ein Kapitel und startest noch mal komplett neu mit einer gewissen Energie von, jawohl, ich weiß, was ich erreicht habe, ich kenne meinen Wert. Zwei große Arcana-Karten, die Welt ist immer der Abschluss, das Ende und schaut euch das an, denn hier auf der Welt haben wir hier den Hund und er geht schon los als Narre und es fällt tatsächlich genau der Narre mit dem Hund. Hier haben wir quasi aus der Vergangenheit Vergangenheit genau das Bild. Und hier haben wir auch etwas, was du verlassen hast und du bist in der Aufbruchsstimmung. Du fängst wieder an, dich zu verlieben in dein Leben, lässt dich gegebenenfalls auf eine neue Verbindung hier auch ein, öffnest dich, hast alle Qualitäten da. Und der Page, natürlich ist das diese Bubi-hafte Karte, dieses, hey, keine Ahnung, was mich erwartet, die Klarheit kommt, du bist aber super aktiv. Du willst fliegen, du willst frei sein, du hast eine Entscheidung getroffen oder wirst sie jetzt hier treffen. Neuanfang auf allen Ebenen und hier zeigt sich diese Aufbruchsstimmung einfach in dir. Loslassen, alles in dir aktivieren, alle Anteile sind jetzt quasi bereit, um zu sagen, mit den richtigen Menschen und vielleicht ist es nur einer, der dich begleitet, gehe ich jetzt los. Ich kreiere, ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich höre diesen Ruf in mir und ich will einfach meinem Herzen folgen. Stabilität und Sicherheit und so gehst du los. Das kann ein Umzug übrigens auch sein oder die Entscheidung, ich gehe jetzt hier aus einem stabilen Umfeld und gehe einfach mal rein in die Welt, in die unendlichen Möglichkeiten, die mir das Leben bietet. Ich bin mutig und vertraue einfach dem, was gerade in mir ruft. Was sind die Energien von außen? Dann, das sind die drei Stäbe, also auch im Außen wartet hier die Bewegung auf dich, die Aktivität. Das kann eine spirituelle Reise sein. Ja, schaut hier, eine spirituelle Reise sein oder auch wirklich ein Umzug, der auch mit deinem Herzen übrigens zu tun hat. eine herzliche Reise oder dieser Ruf deinem Herzen jetzt zu folgen, die drei Stäbe, das Wissen weiterzuentwickeln. Dieser, ja, die Stabsenergie gerade bei den drei Stäben ist auch oftmals, dass du dich vielleicht jetzt entscheidest, eine Ausbildung zu machen, dir neues Wissen anzueignen, aber dieses tiefgründige Wissen dir anzueignen, wo du schon länger gehört hast, was in dir, Mann, ich möchte noch so viel mehr von der Welt einfach entdecken. Hier geht es um Wachstum, um auch die ersten Erfolge, die du, so, dreimal genossen, dreimal die Bestätigung, das ist wahrscheinlich genau jetzt um das für dich geht, dieses Wachstum, eine Entwicklung, einer Situation, auch die Reise, die hier liegt, die dir einfach Leichtigkeit bringt. Das kann auch nur eine kurze, ein Wochenendausflug sein, aber hier kommt die Glückseligkeit wieder. Da liegt das Glück drauf, wenn du dich jetzt hier wirklich entscheidest, okay, ich schaue im Innen, ich schaue im Außen und alles steht hier wirklich auf Wachstum. Mit der gleichzeitigen Information, die ersten Ergebnisse, der erste Erfolg wird jetzt bereits im Außen für dich sichtbar werden, natürlich noch nicht das Endergebnis, weil du brichst ja förmlich gerade erst hier auf. Auch eine Sehnsucht, die immer weiter geweckt wird, wo dir deine Geistführer sagen, hey, geh los, geh los. Ein Wochenende mit gegebenenfalls deinem neuen Partner könnte hier liegen oder einem Wunschpartner, diese Kennenlernphase, um etwas langfristig hier aufzubauen. Eine Heldensreise, die Herausforderung auch anzunehmen, okay, ich zeige mich jetzt im Außen wirklich wieder aus meiner Energie des Herzens und mit dieser Erkenntnis, die du hier treffen wirst, wirst du eine Entscheidung treffen, Aufbruch zu neuen Ufern. Ich löse mich von einem gewissen Zwang auch immer in die Stabilität und Sicherheit zu gehen. Ich möchte frei sein. Dieser Freiheitsruf wird immens auch im Außen dich noch mal hier wirklich antriggern. Und ein Träger ist nur ein Auslöser, ihr Lieben. So, wir schauen uns mal deine Wünsche und Ziele an. Was verrät uns deine Seele hier noch? Deine Wünsche und Ziele im April. Der Tod. Du wünschst und sehnst dich hier wirklich nach einer Veränderung, nach einer Transformation, nach einem Loslassen. Gegebenenfalls macht es dir an der einen oder anderen Stelle, aber auch Angst. Und das ist es. Es dürfen, was ich bei dem Phönix eben schon gesagt habe, halt auch noch mal Teile in uns wirklich sterben, um neu geboren zu werden. Nicht jedes Ende bedeutet immer Schmerz. Das kann dazugehören, aber gleichzeitig ist es immer, du schaffst Raum für Neues. Und wofür dient dir der April? Was ist das große Ziel für die Krebse jetzt im April? Und das große Ziel, das sind die sieben Münzen. Vermutlicherweise möchtest du das jetzt gar nicht so richtig hören. Es geht um Geduld. Kannst du ja mal reinschreiben. Aber Königin der Kelche, schaut mal, damit sind wir gestartet und damit beenden wir quasi das keltische Kreuz. Harmonie, Frieden, Klarheit, Reinheit, Passion, einen Plan zu haben. Noch mal genau zu überlegen, was sind deine wahrhaftigen Wünsche? Wo darf dich die Reise hinführen? Radikal ehrlich zu sein, die ein oder andere Stellschraube noch mal zu verändern. Sieben Münzen ist einfach ein bisschen langsam die Einladung an dich. Okay, hey, bleib bitte geduldig. Zieh mal Bilanz. Schau mal, bewerte gewisse Dinge mal neu, wo du dich vielleicht in der Vergangenheit für verurteilt hast. Was darfst du jetzt neu bewerten? Auch eine familiäre Situation, eine Situation, wo Frieden fließen darf. Deswegen auch hier die Ruhe auf Seelenebene und irgendwo aber auch die Unruhe in dir in Bezug auf diese Wartezeit. Die sieben Münzen, dass es immer sei geduldig. Also eine Geschichte braucht hier jetzt wirklich ganz viel Pflege von dir, ganz viel Obhut. Schau noch mal, in was lohnt es sich wirklich noch weiter Energie zu investieren. Königin der Kelche, diese Reife an emotionaler Sicherheit, dieses Herzliche, dieses Nicht-Bewerten, auch mal wirklich zuhören, bevor du deine Entschlüsse triffst. Die Königin der Kelche ist einfach die Sanftmut, eine Akzeptanz, dass das Leben nicht immer rabotti-rabotti geht, ist auch das Ziel, dieses tiefe Mitgefühl, die Empathie und das Verständnis auch für andere Menschen, auch dass deine Familie vielleicht einen anderen Weg geht oder deine Herzensmenschen. Das ist okay. Ganz viel intuitives Handeln, spirituelles Handeln und das ist auch die Veränderung, die hier vermutlich kommen wird, dass du jetzt noch intuitiver wirst, noch liebevoller wirst und so viel Verständnis für eine gewisse Situation hast und auch hier das Intuitive mit dem Fuchs, das ist immer dieses feine Näschen. Du folgst also dem feinen Näschen, deinen feinen Näschen. Die Lilien können darauf hinweisen, dass jetzt die Passion wieder in dir entsteht, die Passion, deinem Seelenruf zu folgen, diese Reinheit in deinem Herzen, auch die Sexualität, die jetzt wieder ausgelebt werden möchte. Wenn du sagst, okay, schwieriges Thema bei mir, sei geduldig und schau nochmal hin, welche Glaubenssätze dürfen auch da jetzt wirklich mal sterben und wo darfst du dich wieder auf Intimität einlassen. Was hier für dich gewollt, ist eine Phase der Entspannung, eine Phase von wirklich tiefen, emotionalen Verbindungen, Romantik, die jetzt wieder einziehen möchte und wir haben die Liebenden ja schon hier liegen, das ist die Grundenergie. Auch, dass du auf einmal merkst, hey, selbst wenn ich gerade mal nicht hundertprozentig mich irgendwie auf Veränderungen fokussiere, kommt auf einmal auch die Wertschätzung im Außen, die dir jetzt gegeben wird. Harmonie und Frieden wird dir gefühlt an allen Ecken jetzt gespiegelt. Das ist das Ziel, dass du die Harmonie und die Sinnlichkeit wieder entdeckst. Und das ist verbunden mit, ja, Ästhetik, mit Entspannung. Könnte hier auch wirklich, dass wenn du hier einen Partner im Feld hast, dass es dafür einfach jetzt steht, okay, hier kann eine Beziehung heranreifen, hier kann wieder Stabilität und Sicherheit einziehen mit dieser Leichtigkeit, mit diesem frisch Verliebten, auch eine tiefe spirituelle Verbindung zwischen dir und einem anderen Menschen könnte dich jetzt nochmal hier, ja, dazu bewegen, wirklich innezuhalten und zu schauen, wow, nimm das Gefühl mit, tauch mal wirklich ab und tanke auf, reflektiere und höre hier wirklich immer auf deine Intuition. Welcher Seelenstein unterstützt dich hier? Und ihr Lieben, ich schaue erstmal nach dem Stein, das ist der Amethyst und da haben wir unser drittes Auge, aber auch unser Kronenchakra. Der Amethyst, der meiner Meinung nach in jeden Haushalt gehört, für Klarheit, für Spiritualität, für Weisheit, für Heilung, für wirklich dieses Botschaften empfangen können und ich habe hier einige Amethysten auf meinem Schreibtisch stehen, ich liebe den Amethysten. Schau da auch gerne mal bei mir unter www.seelensteine-shop.de da gibt es auch noch wunderschöne Unikate, Armbänder, Trommelsteine, schaut da gerne mal rein, vielleicht ist der Amethyst auch etwas, wo du sagst, ja, damit kann ich mir jetzt auch vorstellen zu heilen und die Königin der Kelche ist übrigens auch super spirituell und verbunden und dennoch ist es auch das Ziel, oh, komplett die ganzen Elemente hier für dich in Einklang zu bringen, absolute Königsenergie, König der Stäbe, König der Münzen, Königin der Kelche und hier Erde und Himmel als Energie, Feuerelement, wir haben alles hier liegen, das ist echt schön, also verbinde dich immer mit der Erde, weil mit deiner Verwurzelung beginnt alles, damit du da noch wirklich beispielsweise channeln kannst, denn wir sind Erdenwesen, auch wenn unser Kern und unser Ursprung vielleicht woanders liegt. Ich sage von Herzen tausend Dank für deine Zeit, hoffe, dass ich dir hier die ein oder andere Botschaft mitgeben konnte und wenn du sagst, ich habe mich hier angesprochen gefühlt bei dieser spirituellen Reise, bei einer Ausbildung, ich möchte rein starten, ich weiß, da ist noch so viel mehr, ich möchte lernen, wie man karmische Themen löst, aber gleichzeitig holistisch arbeitet. Am Sonntag, den 7. April, das ist jetzt Sonntag, um 18 Uhr findet wieder der Infocall kostenfrei für meine Ausbildung statt, die am 13. Mai beginnt, die Aura Healing Master Ausbildung. Wenn du Interesse hast, schaust du unter dem Video der Link, der dich nach Elo Page führt, kostenfrei, bekommst du dann per E-Mail die Zugangsdaten für den Zoom Call und kannst mir am Sonntagabend deine Fragen stellen und dir meine Infos bezüglich dieser Ausbildung holen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, ihr Lieben und ich sage bis zum nächsten Mal.